Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erkläre ich Ihnen von diesem Tag an zu einem Gesetzlosen! Man soll ihn jagen! Jeden Tag, solange er lebt! Die Gesetze dieses Landes machen das Volk zum Sklaven seines Königs. Gebt dem Volk Macht und er erntet Stärke! Ein Bürgerkrieg bringt niemandem die Freiheit. Ich kann nicht für diesen König sprechen. Er ist der einzige König, den wir haben. Aber nicht unsere einzige Hoffnung. Es kommt die Zeit und mit dir der richtige Mann. Seid ihr bereit für eure Bestimmung? Sich erheben. Immer und immer wieder. Bis die Lämmer zu Löwen werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020